Und damit liebe Freunde vielen herzlichen Dank für's Einschalten, wir sind wieder zurück bei Shellshock Live! What the fuck, wo sind die Tore? Und ich will den zum ersten Mal nochmal verlinkt, ok erstmal volle Kanone draufziehen. Wer darf denn anfangen? Hitter hier. Wart ihr auch nicht. PAM! Ja! Nein! Oh, mit dabei sind übrigens Marcel und Stefan gegen mich und Chris. Aber die Map ist ganz geil irgendwie. Stefan, guck mal bitte um den Ball. Oh Gott, jetzt kommen wieder die Taktik, ey. Jo, gut gemacht Stefan. Ah scheiße, ein bisschen mehr hab ich weggeschossen. Auf allen Seiten. Ist ja gut jetzt! Ja! Nein! Das wär geil. Wow, vor und hinter. Wow. Ist doch gut jetzt! Sag mal, hört ihr jetzt mal auf? Nee. So. Ich bomb da jetzt was rein. War der TNT-Hüpfer oder? Hm. Was denn? Den benutze ich später. Ähm. Pfff. Was denn? So ein Bonus-Ploat oder was? Ne, ne. So ein Bonus-Ploat hab ich dann hier. Keiner. LOL! Fuck! Der war mies. Der wird oben wieder abgebreitet sein. Der wird oben wieder abgebreitet sein. Dann hab ich das Gefühl, der ist nicht mehr. Nein! Hauptsache, ich ist hier unten und ich hab hier oben. Der kommt nicht gerade liegen, ey. Fuck you! Alter, jetzt kommt wieder dieser komische Lien an der Flummi, ey. Nice! Chris hat direkt vor der Fresse. Nicht noch weiter rollen! Chris, du kümmerst dich darum. Ich mach irgendwie mal hier vorne rasieren. Nutze ich das hier. Ah, jetzt hab ich den Trigger endlich. Ich hoffe, dass es geht. Oh nein! Ah! Wir sind hier vorbei! Ja, erst mal, jetzt hab ich hier vor dir so ne Rampe ge- Weil die ist gut! Die ist voll gut, die Rampe! Ich versuche mich mal wieder um den Berg zu kümmern. Hier wird mal so schön am Anfang. Wow! Danke! Okay, doch nicht, danke. Fuck! Ist ja gut hier! Scheiße! Wow! Wo häng ich denn hier? Äh... Nein! Ähm... Viel Spaß, Johannes! Äh... Oh, meistens sind die Bälle, die in der Ecke sind, die die abwechentlichsten werden. Ja. Loll! Danke! Hahaha! Scheiße! Wow! Das hat jetzt vollgebracht. Ich hätte es gecarried dabei. Nein! Achso! Ich hab hier meine Granate mal rechts gelegen. Nein! Das kann ich ja nicht wissen! Ja, am... Du bist eh an der Scheißprosizione. Ja, was soll ich denn machen? Fuck! Die holen unser Tor runter! Die holen nach unten! Ja, das ist ja mein Plan! Das wusste ich nicht! Das... Oh, du willst den Berg da abwechse! Ja! Michael, du hast ne besseren Weg zum Ball! Nein, ich hab nicht zum... Ähm... Wow! Wir hatten das gerade selbe Idee! Ich find, das fehlt so ein bisschen die Beschreibung der Waffen! Ja, das wärmt man ja recht schnell! Hab ich den Eindruck! Auf den Anfänger ist halt nicht... Ausprobieren! Tschüss! Scheiße! Lol! Nice! Schade! Nicht nice! War nicht nice! War nicht nice! Ist nice! Na, bisschen höher, Alter! Man muss... Das hängt ja in diesem Loch drin! Ähm... Wow! 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 Jetzt geht er rein! Nein, mein... Schleffer ist runter! Nein, kann Schleffer mit dem nichts anfangen! So... Müsste funktionieren! Oh! Gott sei Dank ist unser Tor bei dir! Nein! Hä? Der war noch drin? Nein, der... Gut, dass du das Tor halt runter geholt hast, ey! Ohohoho! Ich werd hier gleich in den Arsch drehen! Ich mach den Berg hier vorne mal weg, Chris! Ake... Äh... Guck mal durch an den Berg! Das ist ein Witz! Nein! Das ist ein Witz! Witz war, dass ich das Tor gebaut hab! Wow! Der liegt richtig geil für Stefan, ey! Ja... Ich... Ich bombe Johannes ab! Ja, sehr gut! Dann komm ich hier mal runter! Ne, Chris meinte ich, äh... Wo? Ja, was ist das denn für das denn? Oh! Pixelfire! Ich dachte, der bleibt sauben drauf! Okay, jetzt... Ich komm mal nämlich auf den Ball! Okay! Ja! Ach! Das ist der Zipper, also! Heiß! Wo ist der Ball? Ja! Wo ist der Ball? Da! Hä?! Der wird ja gegen die Wand gepreilt und dann ist in Richtung Mitte geflogen! Ah, sau! Langsam! Ja, wahrscheinlich ist er in der Höhe variiert! Oh, scheiße! Ich hab was sehr gut! Das Timing hat fast fast, Maffel! Wenn der reingangt wird, beste Tor! Hab ich irgendwas? Nein, hab ich nicht! Ich klammer mich um den Berg, der, äh... Der Ball ist hinter dir! Ja, schuld! Oh, lol! Das ist gut! Ach, da! Das ist voll gut! Okay! Wir sind fast wieder auf Selberhöhe! Der ist ja mal voll geil! Ja, okay! Komm, komm, komm! Nein, warum?! Ja, nein, 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 nein! Ach, Mann! Äh, ich geh mal volle Suppe auf den Ball, ja? Ja! 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 Oh, jetzt hab ich nur Scheißsache! Ich... Ach! Ein Kackhügel ist im Weg! Nee! Wow! Ich muss normalerweise gleich die Map angeglichen werden! Du hast das Tor in Ruhe! Nee, ihr habt angefangen! Ich bräuchte mal ein Tor! Nein! Oh! Okay! Äh, ich kümmere mich um den Ball! Ich hab die Brauen die Map nahe nicht mehr angepleiert! War cool! Ja, die hab' gelohnt! So! So, Stefan! Wir seh' ja jetzt nicht, dass Stefan nichts anders aussieht! Äh! Ja, ich hab... Ach komm! Hausmusik muss wieder nach unten! Ah! Pff! Jetzt haben wir ein Loch vor unserem Tor! Wow! Nee, egal! Aber das Ding ist voll hilfreich, ja! Oh nein, zu weit! Ach, das hat 65! Nein! Jetzt habt ihr auch ein Loch vor unserem Tor! Oh Gott, das hat ihnen sogar geholfen! Gehst du auf'n Ball? Äh... Nö! Dann geh' ich auf'n Ball! Weiß nicht, wie einfach kannst du denn erreichen? Ich kann recht gut erreichen eigentlich! Ja, okay, dann mach' die! Ich hoffe, ich fliege jetzt nicht zu weit! Nee, nee, das passt sogar gut! Nein! Pupsi, Pupsi! Nicht ganz jetzt, oder? Ich war doch gar nicht drin! Der war unten drunter! Ja, echt mal! Du warst unten drunter! Du hast den Zelda nochmals rein wollen! Hallo! Lul! Ach, Mann! Warten, warum machen wir das Tor nach unten? Ich mach' das Tor nach unten jetzt mal! Sehr gut! Äh, Chris, kümmer dich um den Ball! Ich kümmere mich ums Tor! Oder so! Ja, um 60 auf'n Plattform! Äh, hab' ich überhaupt was geeignetes dafür? Ja! Halte 4! Okay! Wo ist der Ball? Da oben! Keine Ahnung! Ach, da! Der ist gut, der ist gut, der ist gut, der ist gut! Scheiße! Warum ist das Tor nicht so weit unten? Nee! Was hab' ich denn? Äh... Der ist gut! 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 Der hat zum O gesagt! Ja! Das war grad lustig so! Da gewöh' ich mich drin! Oh! Der wird zu dick da rein! Ja! Nein! Ja! Nein! Ja! Steffa! Juhu! Okay! Äh... Ich hau... Warte! Ich hab mal ein A-Strike! Na schau dir doch! Ich hab ne geile Idee! Ich glaub der ist zu weit! Scheiße! Ja! Das geht da hinten los! Das geht da hinten los! Das geht da hinten los! Wow! Toll! Ich geh gar nicht los! Wo ist das noch? Scheiße! Das ist doch nicht mehr in der gute Position! Die Fische! Nein! Der ist gut! Ja! Ich hab die Kuhle grad hingebaut! Wow! Ernsthaft jetzt! Wegen der Kuhle, wo ich die gebaut hab! Chris, das ist dein Job jetzt! Hab den! Easy going! Ich bin einfach so... Ich war an der Scheiß-Position, aber... Zack! Wow! Ernsthaft! Ich hab nur gesagt, ich hab den! Ja, ich wollte auch nicht da drauf hießen eigentlich! Nein! Ja, 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 ja! Ja, komm! Nein, 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 nein! Nein! Der hat ein bisschen weiter... Später abgehauen! Und der liegt schön für Stefan! Oh Gott nein! Nein! Ja! Stefan! Komm schon noch einer! Nein! Nein! Was fand das für ein Volltreffer in dein eigenes Tor? Oh, Christian, machst du den? Ja, mach du den! Äh... Einen Treffer brauchen wir noch! Hmhm! Keine guten Waffen mehr! Warte, ich hab... Das müsste aber... Triggern! Äh... Ich... Ich werd einfach mal spekulieren! Okay! Der ist zu weit oben, glaub ich, oder? Da war ja... Da war der Scheiß-Demulation... Komm, die Leute! Ich verscheide hier bei euch! Ne, 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 wieso nicht! Ey, reicht nicht vom Schwung her! Ah, ein Tor noch! Versuch mal das Tor bis zu weit nach unten zu bringen! Nein! Scheiße! Leute, wir haben die... Keine ist gut! Öh... Aha! Ist tatsächlich nicht so schlecht! Warte, was hab ich denn alles? Doch, äh... Das ist ne Gute! Das wäre noch ne Runde! Das wäre die zu treffen! Ja, ich hab ne Idee! Glaube ich bin da zu... Obwohl das könnte klappen! Ich spekulier! Nein! Das war der gar nicht spekuliert! Nein! Nicht im Ernst, oder? Nein! Nein! Das war auch drin! Ok, wir haben einen Schuss... Stefan! Dass es nach hinten für die Andere los geht... einfach gar nicht da hinten schießen! Ach so, na dann! Aber jetzt ist es vorbei... Ah, das ist ehrlich! Da haben wir am Ende noch so geil aufgeholt! Da hab ich einen supere Iggen-Drucksschussymacht nen! Und wenn ich mich rette, wenn ich mich zuschauen habe, dann auch ein bisschen nösses Mal, tschau.